ich hab keinen bock mich so zu hetzen mach doch einfach ich mag das überhaupt nicht ich mag das überhaupt nicht aber ist doch nicht so, aber warum bist du denn jetzt so darum wenn die star rum wenn diese menschen mit ihren extra wünschen da wollen sie alle extra wünsche haben klar doch ich erkenne das und das, nö ich aber nicht genau ich finde ihn die möchte nicht aber da müssen wir auch erstmal neue gebiete in der hölle haben ne ja den kobalt und so genau siehts aus kobalt, ardeid ne auch nicht und der rest findet sich schon er ist eine kobold derzeitig erholt das war ja ich glaube dark or oder extra ohr ist ja ich will dich nein du willst ich will dich ja war schon ein bisschen nervig war das nicht auch ein extra mod dass du die sachen davon zehn gast auch helfen konnte ich glaube ja auch ein extra mod naja er war ja bei m4 drinnen das verein checks überlegt ist nicht ohne knochen ich glaube ich bin alt und sterbe wenn ich für so kurze moment strecken musste ich habe mich gerade schon ein bisschen höher gesetzt dass ich mit beiden mehr aus geiler als bis hin oh ja es geht ja gar nicht gerade da war es ja das hat es wohl ein bisschen geknackt aber noch ein bisserl vielleicht hat er den rücken gekallt oh nee als kleines kind mal ich habe euch in die windel geschissen ich habe euch in die windel geschissen auch noch klar ist ja auch billiger du musst dir überlegen ich lasse ich kack mir in die hose lass das trocken werden auch wenn das wund wird und richtig auer weh tut aber kann sie dann nochmal drehen oder ich nehme einfach so einen kräftig blauen Müllsack diese halten ja viel aus den binde ich mir einfach um und scheiß einfach voll und nehme den als Sitzsack na lecker wieso erstens ist es weich ne das kann man ja nicht von ausgehen ne das weich gemütlich passt sich immer der Sitzform an ist doch alles gut aber falsch ist es nicht ne 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 ich möchte noch so einen bündel probieren da wurden auch nur die besten rausgenommen das einzige was ich esse immer davon von dieser celebration packung ja diese doofe dinge dann diese fetten roten dinger die habe ich keine mehr von die habe ich schon alle gegessen und milky case die 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 ja war was? nö, alles gut ok hm 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 denk ich auch so hat der einer einer klatsche ok denk das das ist ja nicht du geht das jetzt mit der lambex was naja na gut müsste es eigentlich nur speed drauf packen und natürlich natürlich eine effizienter weiß jetzt was du genommen hast für nachts weil ich habe mir keine ahnung was wenn der obsidian ding geworden ich habe auf jeden fall noch irgendwas weißes dazwischen ich habe glaube ich papier genommen für den extra stick oder so papier und massen ja hab da nichts gemacht ich bin voll freundlich zu dir sicher nein ein bisschen peinwood abklatschen nicht dass er gleich die kisten mit abrödelt hier wenn ich am peinwood abklatschen bin könnte das holz wohl wir sind es gleich heute war schön auf die hungerleist achten was geht ja noch die peinwoods von hier vorne entfernen so langsam mal so die wieder die flächen ordentlich machen nach unserem chaos immer und irgendwann mal diese maps erstellen und die wohnung hängen kann da habe ich richtig die lust drauf ja klack dann kann man nur wiesen hat muss man aber auch noch ein wiesen map hinsetzen ja ja da wo sie zu diesem map bastelt und dann damit durch die gegend laufen muss mhm ja die normalen maincraft maps ja das war damals schon eine gute erfindung wie der kompass ja und das ist für mich eine gute erfindung hast du wenigstens nach hause gefunden ja für mich war das eine tolle riesenerfindung so wie man sich verlaufen hat eigentlich naja ich eher ohne ich hab mir ja ständig verlaufen naja wenn du beim spawnpunkt geblieben bist ne ja sonst war ja auch immer endegeländer bei mir sonst hättest du die koordinaten nicht merken müssen ja dann jetzt auch mit f3 gucken müssen und den ganzen affen kack das ist alles blöd 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 server hängelisten sitzen ja kommt das hat runter geflogen irgendwo hängen setzen ja kommt ganz herunter geflogen auch mal kleiner sitzling mit deinem berlin kein noch nicht doch nein doch ich muss weinern oh es ist juckett oh juckett 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 telemerkunde waschen na bauen wir uns da oben ab telemerkunde kratzen Ach sowieso. Ist ja auch abelliger. Du brauchst kein Wasser und kein Shampoo. Danke. Oh, ich bin mal gespannt, wenn auch die ganzen Kisten weg können, ja alle. Wenn sich das noch ein bisschen entzieht, aber ein bisschen. Ja, wo ist der erstmal? Wie war das? Hier oben ist er noch. Stimmt. Ja genau, weißt du warum? Weil ich ja gedacht habe, dass wenn du das brennst, dass du ja Stone raus bekommst. Und für die Hölle, brauche ich noch. Für die Hölle, für die Hölle, für die Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Da gibt's glaube ich gar nicht, hier packen Eis, ne? Glaubt nicht, ne? Es gibt ja Eisgebiete. Aber ich weiß nicht, ob das packen Eis. Doch klar, gibt es Packet Eis. Klar. Klar. Aber ich weiß gar nicht, ob es... Aber Eisbären gab es noch nicht und Pinguine. Oh. Voll doch. So, weg ist das komische Gebete. Es ist weg. Es ist weg, weg. Es ist wieder allein. Doch, Pinguinen gibt's auch. Ja? Ja. Ja, gut. Soll ich noch Skridschermatt, ne? Ja. Welcher Mat ist das, was der hier drauf führt? Ne, nur Standard. Standard. Ops, Spawner. Pinguin, habe ich gerade geguckt. Okay. Aber Eisbären gibt's noch nicht. Schade. Oh. Schade. Oh. Oh. Hier gibt's doch die ganzen Spawner irgendwo auf irgendeiner Seite. Oh. Einfach mal Mops Spawner eingeben. Ah, ne. Man, ja. Meinst du, meinst du, meinst du, meinst du. Ne, meinst du, meinst du. Ne, meinst du, meinst du. Ne, meinst du, meinst du. Wale. Mantaway. Angler. Pick. Snake. Ja, gut. Hier gibt's ja auch ein paar extra Dinger. Ne. Mäuse habe ich auch noch nicht gesehen. Hm. Pinguine. Auch schon, das kennen wir ja. Das ist ein Moment. Pferde. Pferde wird auch noch interessant, habe ich echt so. Ja, aber das ist auch mal so ne Lust. Pferdschutz. Ja, wo packen wir jetzt die Pinewoods hinten? Hm. Ich weiß gar nicht, für was das Holz peinert. Hm. Keine Ahnung. Forgas mal, hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hier hin. Pferde wird. Einmal great. dass wir den mangroben so das war eigentlich nur wenn mangroben gepflanzt dann wird da noch so ein gebildet daran gewillt